Bei meinem Namen nicht verwunderlich, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank für all das, was Sie geleistet haben. Wenn ich mich vermittelnd zu diesem kleinen Widerspruch äußern darf, ob viel geschehen ist oder wenig geschehen ist, alles ist relativ. Ein Haar in der Suppe ist relativ viel, ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig. In der Beurteilung, inwieweit sich das Bildungswesen, das Lernwesen, das Schulwesen verändert hat, gibt es radikale Positionen. Die eine heißt angelsächsische Schulforschung. Schools change slower than churches. Und wenn man sich klar macht, dass Kirchen ja etwas zu tun haben mit Ewigkeitswerten, werden, dann kann man ermessen, was damit als Ergebnis, wie die Schulforscher sagen, der realen Entwicklung geschehen ist. Schools change slower than churches. Die radikale Gegenthese heißt, die Schule ist ein Auslaufmodell. Sie sollten das Auslaufen noch erleben, ist die Voraussage. Und warum? Wenn heute nahezu überall auf der Welt, nahezu alles, was Menschheit weiß und kann, nahezu allen zur Verfügung steht. Zum eigenen Nutzen. Warum soll ich dann unausgeschlafen montags morgens um acht mich in meistens ästhetisch nicht überwältigend schönen Räumen einfinden? Und wenn dann zudem sehr viele Pädagogen so eine gewisse Missmutigkeit in sich tragen, statt dass sie die blühende Lernlust sind, dann spricht das auch dafür, dass das ein Auslaufmodell sein könnte. Umso mehr, als es eine Alternative gibt. Die Menschen, die sagen, die Schulen sind ein Auslaufmodell, sagen nicht, das Lernen hört auf. Sie sagen das Gegenteil. Damit das Lernen sich ausweitet, ausbreitet, mit Begeisterung gefüllt wird und kein ödes Geschäft bleibt, muss man das Lernen von der Institution Schule befreien. Es gibt Postkarten von Schülerorganisationen, da steht drauf, ach, wie gerne würde ich lernen, wenn ich nicht in die Schule müsste. Das sind die radikalen Gegenthesen. Im Prinzip seit 100 Jahren nichts geändert, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Auslaufmodell. Wie so oft, wenn es um Extreme geht, ist das meiste, was die meisten erleben, Sie haben mir den Timer gestellt, weil ich in der Gefahr bin, die Zeit aus dem Blick zu verlieren. Nach 45 Minuten klingelt es. Zwischen den Extremen gibt es die Mittelwege, an denen die meisten von uns Anteil haben. Mich interessiert die Zukunft des Lernens deswegen, weil davon die Entwicklung der Welt die Entwicklung meiner fünf Enkel abhängt. Ich trete bald ab. Aber ob diese fünf Enkel und ihre Kinder in einer friedlichen, in einer ökologisch einigermaßen intakten Welt werden leben können, das hängt in wesentlichem Maße davon ab, inwieweit wir gestaltend dank vernünftiger Einsichten in die Welt eingreifen. Das ist der Hintergrund, weshalb mich diese Frage, der ich demnächst 75 werde, nicht ruhen lässt. Und aus den Überlegungen, die ich in dem Zusammenhang mit Ausnahme von Australien auf allen Kontinenten dieser Erde intensiv gesammelt habe, will ich Ihnen ein paar Aspekte heute Abend vortragen, mit der herzlichen Einladung, sich jederzeit einzumischen, wenn sie irgendetwas drängt. Ich empfinde das nicht als störend und bin nicht so leicht durcheinander zu bringen. Mir geht der Ruf voraus, dass ich einigermaßen geordnet bis Mitternacht durchreden kann. Aber das ist eine Drohung. Wenn Sie das verhindern wollen, mischen Sie sich ein und behelligen Sie mich. Nein, Sie behelligen mich nicht. Bringen Sie mich mit Ihren Fragen in eine fruchtbare Begegnung. Was braucht zukunftsfähige Schule? Ich möchte die Frage, obwohl ich ihr ausdrücklich zugestimmt habe, doch ein bisschen verändern. Denn die Frage heißt ja eigentlich, Welche Lernmöglichkeiten brauchen Kinder und Jugendliche, damit die Chance gegeben ist, dass sie, wie ich schon sagte, in einer friedlichen, in einer ökologischen Welt aufwachsen können. Also der Fokus sind die Kinder und Jugendlichen. Die Lerneinrichtungen sind ein Mittel, um deren Lebensweg in der einen oder anderen Weise positiv zu unterstützen und zu begleiten. Und es ist einfach so, dass die modernen Gesellschaften in bestimmten Ländern, die wir früher Entwicklungsländer genannt haben, ist es noch ein bisschen anders, dass in den modernen Gesellschaften es keine vergleichbare Einrichtung gibt, die in dieser Intensität andauernd Professionalität nahezu alle Menschen in Beschlag nimmt, solange, wie es die Schule tut. Wir haben die modernen Medien, okay, aber die verpflichten nicht in der Weise alle immerzu in einer bestimmten Weise, wie es die Schule tut und deswegen müssen wir uns mit ihr beschäftigen, denn an ihr kommt so gut wie niemand vorbei, obwohl die Zahl der Freilerner wächst. Welche Schule hilft Kindern und Jugendlichen dabei, dass sie zuversichtliche Menschen werden und den Willen und die Kraft und die Potenz haben, im Sinne von Humanität und Solidarität weltgestaltend einzugreifen. Ich will Ihnen als erstes ein paar Duftnoten dazu sagen. Die erste Duftnote habe ich hier hingehängt. Die Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren, nicht das Misslingen zu dokumentieren. Seid ihr bereit, mal alle die Hand zu heben, die dieser These zustimmen? Danke. Können mal all die, die Hand heben, die finden, das ist in nahezu perfekter Weise heute schon der Fall? Ich stelle eine gewisse Diskrepanz zwischen der ersten Abstimmung und der zweiten Abstimmung fest. Also lohnt es sich. Was dürfen, müssen, sollten wir anders machen, wenn das Gelingen die Hauptaufgabe ist, das zu organisieren? Ich sage gleich etwas praktisch Provokatives. Klassenarbeiten, die vermutlich auch in Radebeul nicht untypisch sind für das Schulleben, sind eine Form der organisierten Fallenstellerei. Die werden so konstruiert, dass einige sehr gut abschneiden, einige sehr schlecht und die meisten mittelmäßig. Aus denen soll eine Normalverteilung herauskommen. ist für das Gelingen zu organisieren für alle nicht verörderlich. Deswegen dienen die Klassenarbeiten auch nicht dem Lernen, sondern sie wecken eher den Widerstand zum Lernen. Also, die lasst ihr nach dem heutigen Abend sein. Wer dadurch Probleme kriegt, darf sich an mich wenden, die sächsische Landesregierung kennt mich. Im Moment habe ich einen Vorteil, weil der stellvertretende Ministerpräsident mein ehemaliger Student ist. Wenn zu Ihnen ein Handwerksmeister kommt, weil die Heizung nicht geht, und dann ist es 17 Uhr, dann sagt er, die Heizung geht zwar nicht, aber jetzt gehe ich. Dann sind Sie wahrscheinlich nicht glücklich. Aber Klassenarbeiten werden in der Regel nach 45 Minuten alle abgeben. Das ist doch Quatsch. Sinnvoll ist doch, ich arbeite an einer Sache so lange, bis sie gut ist. Und wenn sie dann gut ist, dann zeige ich sie anderen gerne und bin fröhlich. Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr gegenwärtiges, man nennt das ja Leistungsbewertungssystem, sehr gründlich verändern, weil Sie ja gesagt haben, ja, es ist richtig, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Ich schließe sofort, ja, ich schließe noch einen frechen Punkt an, aber gerne Sie zuvor. Sie sagen gerade, das Gelingen organisieren, das ist, sind wir uns alle einig, wichtig. Jetzt, ich arbeite an einer evangelischen Schule in Schwetan, Apfelbaumschule, und da ist es so, dass wir in den ersten zweieinhalb Jahren das Glück haben, keine Zensuren geben zu müssen. Das bedeutet, die Kinder werden an ihrem eigenen Lernfortschritt gemessen. Die Bewertung läuft so, dass man mal guckt, du hast letztes Mal, was weiß ich, 37 Wörter, oder 37 Wörter, gut, richtig geschrieben, jetzt sind es schon 48 Wörter, toll gemacht. Dann kommt jetzt die Ende der, also dritte Klasse, da müssen Zensuren gegeben werden, weil auch auf Druck der Eltern, die sagen, wir wollen gerne wissen, welchen Bildungsempfehlungen unser Kind kriegt. Jetzt werden die Kinder miteinander verglichen. Das geht aber dem entgegen. Das bedeutet, die gesamte Organisation, der Bildungswegentscheidung in der vierten Klasse bindet eigentlich uns in ein System ein, was wir gar nicht wollen und was eigentlich den Kindern schadet. und ich weiß auch keinen Weg daraus. Es sein lassen. Nicht mehr Lehrer sein. Nein, den Quatsch nicht mehr machen. Europas größter Schülerkongress findet in Bayern statt, heißt Basis. Das hat einen bestimmten Grund, weil Bayern das letzte Land war, das keine Landesschülervertretung hatte. Dann haben sich die Schülerbezirksvertreter zusammengetan und haben gesagt, das organisieren wir uns selbst. Und diesen größten europäischen Schülerkongress habe ich eröffnet. Und da habe ich den Schülerinnen und Schülern gesagt, wenn das nächste Mal der Lehrer reinkommt und sagt, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit, dann seid ihr ganz freundlich und sagt, wenn Sie eine schreiben wollen, machen Sie das. Wir nicht. 800 Schüler springen auf und jubeln. Die DDR wäre nicht zusammengebrochen ohne den Aufstand der Bürger. Und warum sollte ein falsches Bildungssystem nicht zusammenbrechen ohne den aufrichtigen Aufstand und der professionellen Pädagogen? Und in der Regel löse ich meine Zusagen ein. Mit der Landesregierung lege ich gerne ein Gutachten vor, dass diese Art der ja noch sehr viel ausdifferenzierteren Darstellung von Leistungsbewertung der Lern- und Leistungsentwicklung abträglich ist und nicht zuträglich. Das stimmen wir ja überein. Wenn das der empirische Befund ist und ihre Meinung und dann machen wir das weiter und dann sollen die Kinder glauben, wir seien der Wahrheit verpflichtet, ist VW beim Diesel auch nicht. Insofern passt es zusammen. Ich hatte das Glück, 1970 den Auftrag, mit Freunden natürlich zusammen, der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zu bekommen, die Schule des 21. Jahrhunderts zu entwerfen und zu bauen. Bis heute gibt diese Schule bis zur neunten Klasse keine Ziffernoten. Aber sie gibt sehr intensiv Rückmeldungen darüber, ich sag dir mal, wie ich finde, was du gemacht hast, was ich daran toll finde und was ich finde, was du auf die und die Art und Weise wahrscheinlich noch besser machen könntest. Und nicht nur ich gebe diese Rückmeldungen, sondern zunächst geben sich die Kinder die Rückmeldungen untereinander. Und dann bekommen die Eltern die Arbeiten der Kinder anonymisiert und sie sagen, was sie daran gut und was sie daran weniger gut finden. Und damit erleben die Eltern, die sie ja erwähnt haben, als Beeinflussungsfaktor, wie wichtig es ist, sich im Detail inhaltlich mit einer Sache auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann ich etwas besser machen im Sinne der Lern- und Leistungsförderung aller und in dem in der Weise Eltern mit einbezogen werden, werden sie Vertreter des Sinnvolleren gegenüber den Anklägern für das Unsinnige. Und die Frage ist, Schools change slower than churches, ob wir eine Chance haben, sie zu ihren Lebzeiten dem Sinnvollen noch etwas näher zu kommen. Das ist der Grund, weshalb es immer wieder Schulen gibt, die sagen, wir brechen aus dem Regelsystem aus, weil wir vor unseren Kindern, vor unserer eigenen Redlichkeit und vor der Weltentwicklung nicht rechtfertigen können, wissend das Falsche zu tun. Ich komme nächstes Jahr wieder und frage, ob sie angefangen haben mit dem Seinlassen. Vielleicht sollte ich einschieben, ich habe es gesehen, sofort, vielleicht sollte ich nach Ihnen dann einschieben, einen Moment, warum ist das so, wie es ist? Weil das hilfreich sein kann, wenn man Veränderungen plant. Bitte sehr. Ja, ich würde sagen, ich hänge gerade auf Gedanken, dass die Grünen gesagt haben, dass Klappenarbeit schreiben, das verhindert eigentlich, das wir leben. Und mit den Schülern auch die Motivation oder wirklich, ich sage es mal in meinen Worten, aus ihrer Initiative heraus zu lernen. Aber ich hänge deswegen daran fest, weil ich mich gefragt habe, war das bei mir so. Und bei mir, also ich stimme Ihnen ganz viel dazu, wie Sie sagen, aber ich habe gerne Kanzarbeitsgeschichte, also ich war schon Schreber, aber ich habe das gerne gemacht. Ich freue mich für Sie, dass das für Sie so war. Und ich kenne auch andere, bei denen das so ist. Aber zu 70, 80, 90 Prozent ist es so, dass die, die bei diesen Arbeiten gut abschneiden, bisweilen die Tendenz haben, sich zu freuen. Dass es aber relativ wenige gibt, die begeistert sind am Scheitern. Und wenn ich das Ziel habe, und warum sollte ich ein anderes Ziel haben, dazu beizutragen, dass alle besser werden, warum praktiziere ich dann nicht Lern- und Leistungsüberprüfungssituationen, die die Chance erhöhen, dass alle sich verbessern und Lernen eher mehr Freude macht als weniger. Und deswegen noch einmal, jeder Ingenieur überlegt doch in seinem Handlungsbereich, wie kann er etwas verbessern, wenn es nicht mehr so richtig gut ist. Und da Sie alle Smartphones haben und so andere moderne Geräte, kriegen Sie alle 14 Tagen ein Update. Weil es eine Riesenindustrie gibt, die sagt, das Bessere ist doch besser als das Schlechtere. Und wenn ich etwas Neues gefunden habe, wie ich etwas in einem konstruktiven Sinne updaten kann, warum mache ich das dann nicht? Also updaten wir unser gegenwärtiges Bewertungssystem, von dem wir wissen, dass es für viele nicht lernförderlich ist, sondern eher lerneinschränkend bis lernablehnend. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das auch zu einer Einsicht führen könnte bei Menschen, die manchmal auf ungewöhnliche Weise Minister geworden sind. Aber entscheidend ist, dass die Kinder, die Eltern, die professionellen Pädagogen und die Gesellschaft sagt, wir wollen doch mehr Leistung und nicht weniger. Und wir wollen doch mehr Lernmotivation und nicht weniger. Die Deutsche Bahn schaut sich keine Schulzeugnisse mehr an. Weil sie sagt, wir wissen, dass das kein Indikator ist für die Potenzialentfaltung, wie das Neudeutsch heißt, für die Kinder. Sondern wir fragen die Personen, was machst du gerne? Wann arbeitest du eine Nacht durch? Wen hättest du gern an deiner Seite, um dir höhere Ansprüche selbst zu setzen? Das sind doch die motivierenden Faktoren. Und das ist das, weil ihr euch ja auf die Heilige Maria beruft, was Maria Montessori gemacht hat, weshalb sie weltberühmt wurde. sie war Ärztin und sie ist in die Islams von Neapel gegangen, aus der Überzeugung heraus, dass diese Kinder mehr können, als was sie in der Schule an Scheitern zeigen. Und deswegen hat sie eine Methode erfunden, der Lern- und Leistungsförderung. Und ich finde, das sollte nicht auf wenige Ausnahmeschulen reduziert bleiben, sondern allgemeine Praxis werden. Ich bin seit 1970 kontinuierlich an der Universität in der Ausbildung von Pädagogen tätig. Ich habe in der ganzen Zeit nie eine Klausur geschrieben. Aber meine Studenten waren in der Regel bekannt, einer ist jetzt stellvertretender Ministerpräsident. Was habe ich stattdessen gemacht? Wir haben gesammelt, was sind wichtige Fragen? Und die haben wir zusammengetragen. Und wir haben überlegt, welche Kompetenzen brauchen wir, wenn wir diese wichtigen Fragen beantworten wollen. und dann hat sich jeder Einzelne gefragt, was kann und will ich tun, damit ich diese Kompetenzen erwerbe. Und dann haben sich die Einzelnen auf sehr unterschiedliche Lernwege begeben. Und dann haben sie die Nächte durchgearbeitet. und dann sind sie durch die Welt gereist, nachdem sie vorher gearbeitet haben oder heute gibt es ja so moderne Formen, wie man durch die Welt reisen kann mit relativ wenig Geld und haben sich die interessanten Lernorte dieser Welt angeschaut und dadurch Impulse bekommen für die Gestaltung anderer Lernwelten. viel lässt sich lernen, wenn wir uns in der Welt umschauen. Die letzte Großschlacht, die ja in Deutschland geschlagen wurde, war die G8 oder G9. In der falschen Schule sind G9 zu lange und wenn G8 nicht zum Erfolg führt, gibt es keinen Grund nicht G9 zu machen. Aber muss das gesamt gesellschaftlich reguliert sein? Wem nutzt das? Ich erkenne keine Nutzen. und dann reise ich nach Finnland und dann sagen die mir, naja, nach der mittleren, was wir so mittlerer Reife nehmen, sagen wir, ihr habt jetzt zwischen zwei und vier Jahren Zeit, schreibt euch auf, was ihr in der Zeit lernen wollt und dann teilt euch die Zeit ein und wenn ihr findet, jetzt seid ihr angekommen, dass ihr das und das könnt, dann meldet euch und führt es uns vor. Gibt es irgendeinen Grund, der gegen diese Individualisierung spricht? Ich weiß keinen. Und mit dem Verweis auf Finnland, dass ja der europäische der Welt Bestseller ist in den Schulleistungsvergleichstests, sage ich, das, was ich hier vortrage, gibt es schon mit größerem Erfolg als in unserem Bildungssystem. Also fangen wir doch bitte an. Ich hole nach, was ich angekündigt hatte, nämlich eine kurze Erläuterung, warum wir dieses Bildungssystem, dem, das wir haben, haben. Die Schule hat zwei Eltern. Ich lege mich jetzt mal nicht auf die Geschlechter fest, die kommen ja sowieso ins Wanken. Der eine Elternteil der Schule ist historisch gesehen die Kirchen. Die Schulen gehörten alle den Kirchen. Und von diesem Elternteil kommt das, was wir in der Schule Belehrung nennen. Denn in der hierarchisch geordneten Kirche gab es immer welche, die wussten, was richtig ist und was falsch. Und die hatten dann eine Kanzel, von der sie verkünden konnten, was für andere richtig und falsch ist. Wenn Sie noch sich die Bilder anschauen von der Schule, auch in Deutschland, am Beginn des 20. Jahrhunderts oder in Schulmuseen gehen, dann sehen Sie, dass im Herrschaftsbereich des Lehrers vorne bei der Tafel Podeste standen, damit der Lehrer etwas erhöht ist, das war die erniedrigte Kanzel. Nicht mehr ganz so auffallend. Aber wenn Sie sich in Österreich auf eine Professur bewerben, dann bewerben Sie sich noch immer auf eine Lehrkanzel. So heißt es. Bei uns ist das ein bisschen säkularisiert und heißt jetzt Lehrstuhl. Also das Denken der Menschheit war, dass die, die oben sind, wissen, was gut ist für die, die unten sind. das kommt besonders Diktaturen entgegen. Und deswegen sprechen manche von einer Erziehungsdiktatur, von einer Belehrungsdiktatur. Der eine Teil der Schule, die Belehrung, kommt von diesem Elternteil. Und der zweite Elternteil der Schule ist das Militär. Und vom Militär kommt die Tradition Gleichschritt Marsch. G8 oder G9 abgeben nach 45 Minuten. Gleiche Aufgaben für alle. Und so weiter und so fort. Und weil das zwei relativ mächtige Institutionen auch in modernen Gesellschaften sind, die Kirchen und das Militär, ist es so schwer, ein System zu verändern, dass diese beiden Elternteile etabliert haben. und der Staat, der von Kirchen die Schulen übernommen hat, ist ja auch bei uns überwiegend ein Obrigkeitsstaat geblieben und verhält sich dementsprechend weiterhin so, dass er vorschreibt für andere, was im Gleichschritt Marsch bewältigt werden soll. Ich kann aber nur immer wiederholen, dass die empirische Schulforschung und die ganze Reformpädagogik, das ist das, was sie auszeichnet, sagt, dass wenn Menschen individuell auf individuelle Weise den Fragen nachgehen können, die sie für sich als die wichtigen ansehen, dass dann die Lernfreude, der Lerngewinn, der Lernerfolg und das Leistungsvermögen deutlich größer ist, als wenn Personen etwas machen sollen, was sie nicht wollen, sie, wenn ich sie wieder abstimme, stimmen dem auch nahezu 100% zu. Und deswegen steht am Beginn der Tradition der Reformpädagogik und des modernen Aufbruchs Lern- und leistungsfördernden Lernens die Förderung von Eigentätigkeit und mehr Selbstbestimmung im eigenen Lern. Wenn ich einen Aufsatz schreiben darf über die Frage, warum sind 80% unserer Flüsse in Deutschland ökologisch verseucht und mich das interessiert, ist die Intensität und der Erfolg nach einer entsprechenden Beschäftigung deutlich größer, als wenn ich einen Aufsatz schreiben soll über Pole Poppenspäler oder was in den klassischen Bildungskanonen steht. Das, was Sie gerade sagten, dass die Schüler, wenn sie ein eigenes Thema haben, viel freudiger schreiben, kann ich bestätigen. Es ist nur so, dass in den letzten Jahren ich immer mehr beobachte, dass die Schüler, die zu uns in die Schule kommen, weder das Arbeitsverhalten noch das Sozialverhalten mitbringen, um selbsttätig überhaupt lernen zu können, weil sie die einfachsten Dinge, die man gemeinsam, also in einem Klassenverband oder in Lerngruppen oder Partnerlernen haben, nicht mehr mitbringen. Und dass eigentlich der Auftrag der Schule bei uns jetzt am Anfang ist, dass die überhaupt erst mal lernen, wie man sich mit einem anderen Partner austauscht, welche Regeln notwendig sind, damit überhaupt ein Lernen möglich wird und damit man sich mit eigenen Themen beschäftigen kann. Das ist die weit verbreitete Klage von Pädagogen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, nicht in Abrede stellen. Aber dann beginnt mein Beruf. Wenn das so ist, muss ich mir was einfallen lassen, weil ich doch den Eltern keine Vorwürfe machen kann, die Maurer sind, wenn ich Pädagogik studiert habe. Dann liegt doch die Aufgabe bei mir. Und dann sage ich Ihnen Beispiele. Wenn zu mir Kinder in der Grundschule in die erste Klasse kamen, war dieser Klassenraum leer. und dann habe ich Ihnen erzählt, Sie hätten jetzt eine großartige Zeit vor sich. Und die begänne damit, dass Sie die Möglichkeit haben, sich diesen Raum so einzurichten, dass Sie sich jeden Tag freuen, dass Sie da hingehen dürfen. Und deswegen dürften am nächsten Tag alle ein Sitzgerät mitbringen, auf dem sie gerne sitzen. Das machten die. und ich war aufmerksam genug zu merken, manche konnten sich nicht entscheiden und haben nichts mitgebracht. Und ich war aufmerksam genug, dass einige sagten, ich habe nur so einen alten Balken gefunden, getraue ich mich nicht ihn zu zeigen. und ich war aufmerksam genug, dass einige einen Thron mitbrachten, weswegen meine Kolleginnen und Kollegen mir vorher gesagt haben, aber dann kommen doch die ganzen Ungleichheiten zum Ausdruck. Dann habe ich gesagt, das ist doch gut so, dass die zum Ausdruck kommen. Wenn sie alle den gleichen Stuhl von Vereinigte Sondermöbel aus Tauber Bischofsheim haben, dann tut man so, als gäbe es die Unterschiede nicht. Das ist doch aber Schwindel. Aber jetzt beginnt Pädagogik und wir überlegen uns, dass das Kind, dass wir eine Regel finden, dass das Kind, das traurig ist, dem es schlecht geht, das vielleicht Geburtstag hat, dass das dann ein prioritäres Recht hat, sich den Sitzgegenstand aus den Versammelten wählen zu dürfen, den es heute haben will. Das ist Pädagogik. Oder in der Politik heißt das ausgleichende Berechtigung und nicht Scheingleichheit bei realer Ungleichheit. Das ist Betrug. Und das können Sie alle machen. Ich sage Ihnen einen Punkt, den ich mir eigentlich für heute besonders vorgenommen habe, ihn zu betonen, weil er für die weltgeschichtliche Entwicklung so entscheidend sein wird. Nämlich uns Menschen scheint anthropologisch innezuwohnen, dass wir gerne das uns Vertraute aussuchen. Denn dem Vertrauten vertrauen wir. Wir suchen das Gewohnte, weil uns das wenig abverlangt. Das war sinnvoll, solange menschliche Gemeinschaften sich abschließen konnten ihm vertrauten. Dann war das Schutz gegenüber das Außen. Und weil die überlebt haben, die sich so organisiert haben, ist uns das vielleicht ins Genom eingewandelt. Ich nehme eine Welt gegenwärtig wahr und ich sehe nicht, dass das sich rückwärts entwickeln würde. wo diese Abschottung und Abgrenzung weltweit nicht mehr gelingt und möglich sein wird. Also ist mein Beruf sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Denn das ist überlebensfähig, weil Abgrenzung und Ausgrenzung zur Aggressivität aus Angst führt und an Abgrenzung und Ausgrenzung hat sich in der Menschheitsgeschichte ganz häufig die Ausmerzung angeschlossen. Und das ist nicht die Perspektive, die ich für meine Kinder und Enkel will, die ich für niemanden auf dieser Welt will. Also muss es zum Kernauftrag der zukunftsfähigen Schule werden, sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Und damit sie das nicht vergessen, habe ich seit acht Tagen eine Postkarte, das ist eine sogenannte Maxi-Karte, das ist die größte Fläche, die sie zum günstigsten Porto verschicken können, das weiß manche Poststation nicht, 45 Cent Maxi-Karte und da steht drauf eine Herausforderung für uns alle, Ausrufezeichen, eine Einladung an uns alle, Punkt und eine Lust für uns alle, Fragezeichen, mit Fremdem und Fremden sich an Freunden. Ihre nächste pädagogische Konferenz wird sich mit dieser Frage beschäftigen, wie geht das? Ich bin mit dem Mofa an der thailändisch spurmäßigen Grenze alleine rumgefahren, militärisches Sperrgebiet, gibt es keine Landkarte, kein Schriftzeichen, das mir irgendwie vertraut vorkam. Was glauben Sie, wie ich mich gefreut habe, als ich das erste Mal dann wieder ein Schriftzeichen fand, das ich entziffern konnte. Und wenn ich auf eine deutsche Autobahn fahre, dann gibt es da so Papierkörpe, Mülleimer, ich habe es nachgezählt, da steht in zwölf Sprachen drauf, dass da der Dreck reingehört. Bei welcher Eingangspforte Ihrer Bildungsstätte steht in zehn Sprachen, dass alle willkommen sind, in zehn Sprachen, habe ich gerade gesagt. Wäre doch freundlich. Nein, haben wir noch nicht, ist aber bewältigbar und zeigt ein Zeichen, dass wir dem Fremden wohlgesonnen sind. Und so fängt das an. Sie merken, dass ich über ein aktuelles Thema rede. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen, wie das gehen kann, dass man eine Haltung entwickelt, sich mit Fremdem und mit Fremden anzufreunden. Meistens war es in der siebten Klasse, da kamen dann die Eltern, die Kinder, die professionellen Pädagogen, 45 Minuten sind rum, kamen zusammen und dann ließ sich einen Hut rumgehen und da hat jeder auf ein Blatt Papier seinen Namen geschrieben und den Namen in den Hut geworfen. Und dann ist der Hut wiederum rumgegangen, bis jeder einen Zettel gezogen hatte, wo nicht der eigene Name drauf stand. Und dann hieß mein Vorschlag, ihr Kinder, ihr zieht jetzt mal die nächsten acht Tage in die Familie, wo ihr jetzt gerade einen Namen gezogen habt. So kann man das machen, sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Es ist doch nicht lernförderlich, immer im gleichen Mief zu bleiben. Und wenn die Verhältnisse in den Familien so sind, wie sie sagen, oft sehr dekadent und pathologisch, dann muss ich doch die Möglichkeit schaffen, andere Erfahrungen machen zu können, ohne dass das Jugendamt das Kind rausnimmt aus der Familie. Also mache ich daraus ein produktives Gesellschaftsspiel des Umzugs. Und was glauben sie, wenn dann die Kinder nach diesen acht Tagen eingeladen haben, sie würden erzählen, was sie erlebt haben in der jeweils anderen Familie. Dann hat es ein Wochenende gebraucht und dann sind die Opas und die Omas und die Nachbarn oft mitgekommen, weil die das auch wissen wollten. Und dann haben die Kinder erzählt, was sie alles erlebt haben. Das nennt man Sensibilisierung der Wahrnehmung für differente soziale Situationen. Also wenn ich eine Lehramtsprüfung machen muss, sollte jemand das auch so sagen können. und das ist doch entscheidend für unser aller Zusammenleben, dass ich lerne mit Sensibilität zu verstehen, warum, wo, wie, was auch ganz anders sein kann. Und wenn das in unserer gegenwärtigen Welt der Weltenwanderung eine der Kernaufgaben ist, sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden, dann lasst uns gemeinsam überlegen, was wer in seinem Kontext kann und will, damit die für die Weltentwicklung entscheidende Frage beantwortet wird. Das ist die zukunftsfähige Schule. Nicht, dass wir sagen, es gibt Gymnasiasten und die gehen ins Gymnasium und es gibt Volksschüler, die gehen, weil sie zum Volk gehören, in die Volksschule und damit es nicht mehr so auffällt, nennt man es Oberschule. Aber nicht höre. Abstand bleibt gewahrt. Etikettierung, die überholt ist. Das gymnasiale Chromosom hat noch niemand entdeckt. Und deswegen ist natürlich eine zukunftsfähige Schule eine, wo alle Kinder bis zumindest 16 Jahren gemeinsam aufwachsen. Wofür ich gekämpft habe in den Bundesländern nach der Wende, dass das erhalten bleibt. Aber da ihr ja beigetreten worden seid, haben das die Wester anders verfügt. Und wir wissen wieder genau, dass in der Heterogenität fruchtbarer gelernt wird, als in der Homogenität. Und dass sich für Personen mit Benachteiligungen Chancen eröffnen, die sie in den homogenisierten Kulturen nicht haben. und deswegen seid ihr wahrscheinlich schlau, dass ihr eure Oberschule, zu der ich euch gratuliere, Oberschule nennt, weil die noch weniger selektiv ist. Aber natürlich muss es eine Schule sein für alle Kinder. Denn die wichtigste Aufgabe der zukunftsfähigen Schule ist es, das Zusammenleben zu lernen. Denn wenn wir das nicht lernen, geht es den Bach runter, wenn ich mich mal so unprofessionell, aber plastisch ausdrücken darf. In den Fachbüchern der Erziehungswissenschaft steht noch immer, die Schule habe drei Hauptaufgaben. Die Qualifikationsfunktion, die Selektionsfunktion und die Legitimationsfunktion. Die Qualifikationsfunktion ist euch klar, man soll am besten was Gescheites lernen. Selektionsfunktion heißt, man will die einen zu Lasten anderer auswählen und von ihnen trennen. Die höheren von den niederen. Und Legitimationsfunktion heißt, dass die, die jeweils über die gesellschaftlichen Bereiche verfügen, sagen, was gilt und was nicht gilt, was du glauben sollst und was du nicht glauben sollst. Und wenn ich vor zwei Tagen, weil ich in der Regel früh aufstehe, um vier im Deutschlandfunk gehört habe, das seine Abordnung der deutschen Bischofskonferenz nach Rom gereist ist, um den Papst zu fragen, ob, wenn eine Ehe geschieden war, die beiden Ehepartner, wenn sie doch wieder zusammenkommen, gemeinsam zum Abendmahl gehen dürfen, da habe ich mich gefragt, in welcher Welt ich lebe. So lassen sich die Weltkriege nicht verhindern. Und das ist die Frage, vor der wir stehen. Und deswegen sage ich, die wichtigste Aufgabe der zukunftsfähigen Schule ist nicht Qualifikation, Selektion und Legitimation, sondern zusammenleben lernen. Und deswegen müssen alle zusammen sein. Und das heißt auf Neudeutsch Inklusion. Und Inklusion hat den Rechtsstatus eines Menschenrechts. Und Menschenrechte sind nicht verhandelbar und schon gar nicht unter Finanzvorbehalt zu stellen. Wer nicht inklusive Bildungsstätten schafft, geht ein Verbrechen gegen die Menschenrechte. Und ich weiß nicht, wer heute schon über das Datum nachgedacht hat. Heute ist der 8. Mai ein welthistorisches Datum. Vor 53 Jahren, also nicht so ganz doll lange her. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Beginn einer neuen Zeitrechnung. Und nach diesem 8. Mai wurde so allmählich deutlich, welche Verbrechen der Mensch gegen andere Menschen begangen hat, nur weil sie anders waren. Ich bin ein Jahr vorher 1944 in einem Luftschutzbunker geboren, weil damals schon die Tieflieger auf Mannheim geflogen sind. Das war ein militärisches Zentrum. Mein Vater war natürlich nicht da, der war im Krieg. Und meine Mutter konnte nichts anders als in den Luftschutzbunker fliehen, als die Wehen eintraten. Und ich soll weiter beteiligt sein an einem Bildungssystem, das das Zusammenleben verhindert? Nein, ich bin der UNO, der Weltstaatengemeinschaft dankbar dafür, dass sie Inklusion in den Rang eines Menschenrechts gehoben hat. Und deswegen bitte ich bitte ich euch mitzumachen, dass wir inklusive Lerngemeinschaften schaffen. Dass das auch mal schwer sein kann, weiß ich. ich kenne diesen Vorgang ziemlich gut. Als dieses Menschenrecht aus der UNO nach Deutschland kam und die internationalen Vereinbarungen sind ja vor allen Dingen in Englisch und die Kultusministerkonferenz den Paragraf gelesen haben All the people have the right for an inclusive educational system, da sind sie so erschrocken, dass sie das absichtsvoll falsch übersetzt haben. Und die Erstfassung hieß dann, haben ein Recht auf Integration und so wird auch bei uns gegenwärtig die Inklusionsdebatte geführt. Und deswegen sage ich Inklusion, Integration ist keine Vorform auf dem Weg zur Inklusion, sondern Integration und Inklusion sind ziemlich gegenteilige Angelegenheiten. Weil inklusiv heißt, alle gehören zusammen in all ihrer Unterschiedlichkeit von Anfang an und immer zu. Weil jeder Mensch einzigartig ist, sind, wenn ich das respektiere und daraus kein Gleichschritt Marsch mache, keine Uniformierung, im Prinzip immer und alle Gesellschaften inklusiv. Ich kann es mehr oder weniger weit öffnen und das ist angesagt. Weil es keine inkompetenten Menschen gibt, die Frage ist, ob wir in unseren inklusiven Bildungseinrichtungen die Fähigkeiten aller ernst nehmen und ihnen Bewährungsmöglichkeiten geben und zum Erfolg verhelfen. Und dadurch das Zusammenleben Lernen statt Selektion und ihr wisst, welche Bedeutung das Wort Selektion in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg hatte. Und ich habe mit großer Anerkennung euer Rahmenkonzept gelesen für die Oberschule und wie ihr betont, dass jeder einzelne Mensch ein Geschöpf Gottes ist mit unveräußerlichen Gaben und dass es diese Gaben zu schätzen, wehr zu schätzen gibt. Und sich daran zu orientieren kommt allen Protestanten wie mir sehr entgegen. Aber es gibt eben auch diese historische Wahrheit, dass nämlich in nur sechs Jahren zweiter Weltkrieg mehr Menschen von anderen Menschen auf zum Teil unvorstellbare Weise umgebracht, vernichtet, ausgemerzt wurden, als wir wissen, dass Menschen in sechstausend Jahren durch Naturkatastrophen umgekommen sind. das gehört zur Wahrheit der Ebenbildlichkeit des Menschen Gottes auch dazu. Insofern ist die Aussage zutreffend, dass der Mensch auch die größte Bestie ist, die es auf dieser Welt gibt. Kein anderes Wesen hat in der Gewicklungsgeschichte aller Lebewesen so viel Verheerendes hergestellt wie der Mensch. Und deswegen brauchen wir eine zukunftsfähige Schule, die sich dem Frieden widmet, die sich mit Fremdem anfreundet, weil man dem Freund den Kopf nicht einschlägt. Und nicht sagen, der gehört nicht hierher. Sondern wir müssen Systeme bauen, in denen die Unterschiedlichkeit zur Geltung kommt. Sonst habe ich Angst, ich habe es wiederholt gesagt, um die Chancen, die meine Enkel haben, in einer friedlichen Welt leben zu können. Und das ist doch großartig, dass wir diese Möglichkeit haben. das macht doch meinen Beruf so unvergleichbar wertvoll. Es gibt doch nichts Wertvolleres, als Kindern und Jugendlichen dabei helfen, mit Vernunft und Zuversicht aufzuwachsen. Und das Handwerkzeug und das Kopfwerkzeug zu lernen, sich zu verstehen und sich zu verständigen. Statt auszugrenzen, abzugrenzen, etc. Um das festzuhalten, habe ich diese Leidenschaft zu Maxikaten entwickelt und ich will Ihnen noch ein paar sagen. Es gibt ein zwölfer Satz von Maxikaten mit Otto-Zitaten. Die bündeln vieles, was ich versucht habe zu beschreiben. Das Erste heißt, wir sind nicht dazu da, Menschen an vorgegebene Systeme anzupassen. Unser Beruf, unsere Berufung ist es, für und mit den Menschen Systeme Systeme so zu entwickeln, dass sich die Menschen in diesen Systemen wohlfühlen, dass sie dadurch Lebenskompetenz und Lebenssinn erfahren. Das ist unser Auftrag. Nicht die Anpassung an vorgegebene Systeme. Deswegen kann man, wenn man es ganz kurz und knapp machen will, traditionelle Pädagogik und Reformpädagogik so unterscheiden, die traditionelle Pädagogen hat immer die Menschen Systemen angepasst. Reformpädagogik hat den Anspruch für die Menschen in Freiheit und Selbstbestimmung Systeme zu schaffen. Macht mit. Zweite Maxikate In den Diktaturen wurden und werden die Menschen abgerichtet. In vielen Demokraturen werden die zukünftigen untertanen unterrichtet. unterrichtet. In wahrlich und wirklich freien und sich befreienden Gesellschaften ist Schluss mit dem als notwendig immer behaupteten ab- und unterrichten. In freien und in befreienden Gesellschaften können und werden und werden die Menschen sich vor allem aufrichten. Noch besser, sie werden sich wechselseitig aufbauen, aufbauen, aufbauen. Gemeinsam statt einsam, in Vielfalt statt in Einfalt, kommunikativ, kooperativ statt konfrontativ, inklusiv statt exklusiv. Wie verändern sich unsere Lernstätten, wenn es um das Aufbauen geht und nicht um das Unterrichten und das Abrechen. Ich versuche immer die entscheidenden großen Linien in praktisches Handeln zu übersetzen. Es war bis vor einem Jahr sehr schwer krank. Die Ärzte hatten mich aufgegeben. Als ich da in diese Maschine geschoben wurde, hat der Chef gesagt, Sie wissen, wir haben alles besprochen, haben wir wunderbar. Wir rechnen nicht damit, dass Sie lebend rauskommen. Ich bin heute Abend da, besonders vergnügt. Ich habe nachgedacht, dass in den anderthalb bis zwei Jahren, die ich da in der ärztlichen Obhut war, nicht ein einziges Mal den Satz gehört habe, stell dich nicht so an. Aber wenn ich Unterrichtsbesuche mache, geht keine Stunde vorbei, ohne dass ein Lehrer sagt zu einem Kind, stell dich nicht so an. Und vor es hintritt und sagt, und das ist jetzt dran. Und das machst du jetzt. Und weh, wenn du es jetzt nicht machst. Vielleicht haben es manche von euch auch schon erlebt. Wer es nicht erlebt hat, muss nicht traurig sein. Aber ich kann doch auch lernen zu sagen, okay, was ist dein Widerstand gegen diese Sache? Warum fällt dir das so schwer? Kann ich was machen, damit es dir leichter fällt? Oder sollen wir den Scheiß lassen? Fällt dir was Besseres ein? Dann helfe ich dir dabei, dass du das machst. Ginge doch auch, ist doch lernbar. Und wer von euch hat das gerne? Du machst das jetzt. Ich möchte die Zuversicht nicht aufgeben, dass wir diese Form von Zuwendung in den Alltagen zur geliebten Praxis machen können. Sie wissen, da gab es einen Bundespräsidenten, der hat seine Antrittsrede mit einem Satz ausgezeichnet, die dann seiner Beerdigung immer wieder zitiert worden ist. Der Satz hieß, es muss ein Rock durch Deutschland gehen. Roman Herzog. dieser Roman Herzog hat nach der Ruck Rede noch eine zweite Adlon Rede, also im Hotel Adlon in Berlin gehalten. Das war eine Rede auf die Bildungsfreiheit. Und da hat er gesagt, wer die Noten aus der Grundschule abschafft, propagiert eine Kuschelpädagogik, die den Niedergang Deutschlands bedeuten wird. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen habe ich ihm eine Antwort geschrieben und diese Antwort ist als Sonderseite in der Frankfurter Rundschau erschienen. Wer gegen Ziffernnoten ist, müsste es präzise heißen, ist nicht gegen Anstrengung. Und auf meiner Maxi-Karte heißt es, wer eine Pädagogik des Zuspruchs, wer eine Pädagogik der Zuwendung, wer eine Pädagogik der Zusammenarbeit, wer eine Pädagogik des Zusammenhalts mit dem perfiden, karikaturhaften Klischee der Kuschelpädagogik diffamiert, der vergiftet die Brunnen, aus denen die Wissens- und Tatendurstigen trinken wollen. Antwort an den Herrn Bundespräsidenten. In dieser Antwort steht auch, Sie haben auch schon glügere Reden gehalten, als die über die Puschelpädagogik. Sei Ihnen verzeihe, verziehen, aber lassen Sie zukünftig den Quatsch. Und deswegen sage ich uns selbst, nächste Maxi-Karte, die Unerschrockenen. Es gehört zu den Aufgaben der Unerschrockenen zu erschrecken. Ja, ausdrücklich sie selbst und andere immer wieder aufzuschrecken. nicht aus einem billigen Spaß heraus am Schrecken selbst, sondern zur rechtzeitigen, zur antizipatorischen, zur präventiven Abwehr von Schrecklichen. Dass die dann und dadurch erschrockenen, die meist nur vordergründig, manchmal aber auch hintergründig aufgeschreckten, reaktiv, rasch, häufig, heftig und deftig um sich und auf andere einschlagen, ist ein Indiz dafür, dass tatsächlich Schreckliches im Busche sich verbirgt. Der Volksmund, der freilich nicht immer recht haben muss, sagt es unmissverständlich, getroffene Hunde bellen. Ich kenne einige Minister aus eurem Lande, die bellen bisweilen. Das hält uns nicht davon ab, unerschrocken zu sein. Wer noch so perfekt lesen, schreiben, rechnen und computern kann, der ist allein aufgrund dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht davor geschützt, vor allem den Unsinn und den Wahnsinn in dieser Welt zu vermehren. Terrorismus zum Beispiel ist die uns heute bedrängende Perfektion von multipler Intelligenz zu destruktiven Zwecken. Und faschistisches Handeln war und ist eine andere Unart des missratenen und des missbrauchenden Ungeistes in kaum begreifbaren Dimensionen. Darum und dem gegenüber muss klar sein, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein ausdrücklich ethisches Konzept, das Konzept, das nach Einlösungsformen einer doppelten Gerechtigkeit sucht, der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, intergenerationelle Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Alten dürfen nicht so leben, dass wir die Zukunft der Jungen schon verbraucht haben, die intergenerationelle Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit zwischen den Regionen der Welt, die interregionale Gerechtigkeit, ich möchte kein Teil eines Wirtschaftssystems sein, so sein Profit daraus zieht, dass systematisch Kinder verhungern, heute 20.000 auf der Erde, gestern 20.000 auf der Erde, morgen 20.000 auf der Erde, obwohl wir die alle mühelos satt machen können. Und ich möchte auch kein Nutznießer sein am Bruttosozialprodukt, das auch deswegen hoch ist, weil die Herstellung von Massenvernichtungswaffen ein Bruttosozialprodukt fördernder Faktor ist, aber ich bin Teil der Massenvernichtung, obwohl das laut selten gesagt wird. Solange ich nicht mich anschließe, Frieden schaffen, ohne Waffen und Schwerter zu Pflugscharren. Auf die Schule noch mal kommend Die Zukunft der Welt braucht eine Schule, in der Vielfalt der Kulturen wahrlich zu Hause ist. Zum Verstehen der und zur Verständigung zwischen den Kulturen beizutragen, kein wertvollerer Auftrag für jede Schule. Versäumt eine Schule diesen Auftrag, versäumt sie die Zukunft der Welt. Und deswegen bitte ich euch, dass wir gemeinsam unsere Schulen öffnen. Von der Vielfalt lernen. Die großen kulturgeschichtlichen Entwicklungen sind immer durch die Begegnung unterschiedlicher Kulturen entstanden und nicht, dass wir mauern, egal ob durch Ostberlin oder ob an der Grenze zu Mexiko gebaut werden. Lasst uns an diesem arbeiten. Dann gehören wir zu denen, die man die Avantgarde nennt. Und der Avantgarde habe ich natürlich auch eine Maxi-Karte gewidmet und die heißt so Wer seiner Zeit voraus ist, die Avogad oder sechs Phasen und ein Hoffnungsschimmer. Zuerst wirst du nicht wahrgenommen. Dann wirst du geringschätzig betrachtet. dann stößt du auf Ablehnung. Dann erfährst du heftigen Widerstand. Dann sollst du zum Aufgeben verführt oder bestochen werden. Schließlich wirst du bedroht, bekämpft, vielleicht sogar vernichtet. I have a dream. Wenn du das alles dann dennoch überlebt hast, dann kann es sein, dass du in Umkehrung eines historischen Beispiels damit überrascht wirst, dass auf das kreuzige ihn ein Hosean erfolgt. lasst uns für dieses Hosianna leben. Es lohnt. Es ist vergnüglich. Deswegen ist mir das Leben nochmal geschenkt worden. Und deswegen sage ich noch zwei Sachen. Deswegen die zukunftsfähige Schule ist eben keine, die abrichtet und unterrichtet, sondern die aufbaut, aufbaut, aufbaut. Und das Oberste, was sie aufbauen sollte, ist die wichtigste Bürgerinnen und Bürgertugend, die es gibt und die heißt Zivilcourage. Und ich habe versucht zu sagen, was das meint. Menschen, die hinsehen, statt wegzuschauen, die den Mund aufmachen, wo andere schweigen, die nicht nur im breiten Strom des üblichen, sondern bewusst auch gegen den Strom immer mal wieder schwimmen, die immer mal wieder bereit sind, selbst persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um größere Nachteile für andere und für das Gemeinwesen zu verhindern. Solche Menschen zeigen Zivilcourage. Und ich empfehle den Bildungsstätten die Preise vergeben für den besten Deutschaufsatz, für die Mathematik Olympiade, für den virtuosesten Geiger, was ich alles ganz toll finde. Aber ich empfehle diesen Einrichtungen auch Preise für Zivilcourage zu vergeben. Denn die Vermehrung von Wissen und Können bedeutet nicht einen automatischen Zuwachs an Menschlichkeit, Sondern was wir gerade wieder im Wettrüsten erleben und in dem Kampf um den Aufbau noch schrecklicher Atomwaffen ist die Anstrengung des Menschen seine Existenz zur Vernichtung anderer zu nutzen. Da wünsche ich uns, dass wir Agenten einer anderen Agenda sind. Der Förderung von Zivilcourage in diesem Sinne und das beginnt mit dieser Dresdner Schülerin, die sich gewährt hat, dass ihre Klassenkameraden zu anderen gesagt haben, ihr seid ja wie die Juden, euch müsste man vernichten und vergaßen. Und diese Schülerin hat im Kollegium und von dem Schulleiter keinen Beistand bekommen. Und deswegen ist sie jetzt im Ausland, weil sie sagt, ich kann nicht mehr in dieser Stadt leben. mit dir Kontakt. Das gibt es im Kleinen an vielen Orten. Lasst uns in diesem Sinne wachsam sein und uns einsetzen für die Förderung von Zivilcourage, wenn wir unsere intellektuellen, sozialen, emotionalen Möglichkeiten auch dafür einsetzen, ist sie besser eingesetzt als für die reine Fachleistungskultur. Ich habe euch das eine oder andere mitgebracht, also zum Beispiel dieses Plakat. Förderung von Zivilcourage könnte ja in jedem Lehrerzimmer hängen. Ich habe euch mitgebracht, ganz viele Postkarten, Maxi, mit fremdem und fremden Anfreunden. Ich habe euch mitgebracht, die Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren und so weiter und so fort. Und ich habe euch mitgebracht und damit will ich dann erst mal schließen, aber stellen mich natürlich allen Fragen. Etwas, was ich Credo nenne, mein Credo. Placate habe ich jetzt nicht so viel dabei. Aber in Kleinen steht das alles da auch drauf. Und das große kann man, schreibe ich nachher gleich noch auf, hier auch bestellen. Ich habe gedacht, ich schreibe euch auf, ein Credo. Jeder Mensch ist einzigartig, also muss ich der Einzigartigkeit glatzraue Möglichkeiten schaffen. Jeder Mensch ist kompetent, also organisiere ich Lerngelegenheiten, wo er seine Kompetenz erlebt und sie weiterentwickeln kann. Wie bewundere ich blinde Menschen, wie die sich durch Straßenbahnen bewegen können und ich komme mir stark behindert vor und diese Person ist hoch kompetent. Deswegen nenne ich die nicht behindert, sondern wir alle haben Stärken und wir alle haben Schwächen und es gilt, dass alle Personen ihre Stärken leben können und für ihre Schwächen Hilfe und Unterstützung erfahren. Das meint Inklusion. Alle Menschen sind gleichwertig und gleichwürdig. Höhere Bildung für höhere Schichten in höheren Schulen Passt dazu nicht. Lernen kann ich überall. Deswegen gibt es ja bei euch in den reformpädagogischen Schulen viel Lernen an außerschulischen Lernorten. Weil dass ich die Fülle des Lebens in den kargen Klassenzimmern lernen soll, hat mir noch nie eingeleuchtet. Also muss ich mein Konzept um sehr viel mehr Lerngelegenheiten bereichern. Lernen kann ich überall. Gemeinsam ist besser als einsam. Vielfalt ist anregender als Einfalt. Verantwortung baut auf. Wenn ich keine Verantwortung abtrete, kann sie auch niemand lernen. Gefühle stiften Einsichten. Fehler sind Freunde, Üben macht die Meisterin, Leistung verdient Anerkennung, Wege entstehen beim Gehen, Reisen bildet, Träumen in vielfältigsten Räumen, sich mit Fremdem und Fremden anfreunden, Umwege erhöhen die Ortskenntnis, Sprache schärft bewusstes Sein, Kinderrechte sind und das Leben stellt die Fragen. Und wir stellen uns diesen Fragen herzlichen Dank. Ich habe euch da ein bisschen was hingelegt. In der Regel kostet eine Karte ein Euro, die Plakate zwei Euro. Ich baue Schulen in einem der ärmsten Länder dieser Erde in Sierra Leone, das den schrecklichsten Bürgerkrieg hatte mit dem höchsten Einsatz von Kindersoldaten, die es je in der Geschichte gegeben hat. Und in die fließten solche Erträge dann wieder ein. Insofern nutzt das als Schule des Vertrauens. Manches habe ich jetzt nicht vielfach genug mitgebracht, weil ich es nicht mehr tragen kann. Aber wenn ihr schaut bei www.editionherz.de dann könnt ihr das bestellen und dann kriegt ihr auch für das Finanzamt eine ordentliche Quittung. Ich danke euch für eure große Geduld, für euer Mitmachen und ich stehe für weitere Fragen. Auch im Nachhinein per E-Mail oder wie immer zur Verfügung. Lasst uns aufbrechen in Neuland im beschriebenen Sinne. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.